Es ist endlich soweit, wir gucken uns meinen Nachtmarkt an, beziehungsweise meinen Night Market. Ich hab mich schon aufgemacht, richtig, richtig geilen Stuff haben wir hier am Start, sogar zwei Knives, richtig, richtig heftig. Und zwar, wir haben hier einmal das Smite Knife am Start, dann haben wir einmal hier Winter Wonderland, das ist ja hier die Zuckerstange. Würde ich dann, wenn dann schon in Blau-Weiß nehmen, also auch echt sehr, sehr cool. Dann hatten wir sogar zwei Blaue am Start, einmal hier zweimal eine Judge, einmal hier die Rush und dann hier einmal die Lachs. Judge, auch sehr, sehr cooles Design. Dann haben wir einmal hier die Nebula Aris, auch sehr, sehr cleanes Design, wie ich finde. Und natürlich dann hier das schlechteste im Night Market ist hier einmal die Tigris Operator. Ich hoffe, ihr hattet eine bessere Auswahl als ich, schreibt es mal unten in die Kommentare. Schaut, wie gesagt, gerne mal auf Discord vorbei, da bin ich immer auf jeden Fall am Start, auch nach den Streams. Sonst Montags, Mittwoch und Samstags bin ich immer auf Twitch aktiv, hier unten habt ihr den Link, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und macht das Herz rot und das bloß nicht auf jeden Fall vergessen wegzumachen. Ich bin raus, macht's gut, ich hab euch lieb und vielleicht sieht man sich in den nächsten Videos hier auf TikTok oder im nächsten Stream. Bis dann, Peace! Bis dann, Peace! Bis dann, Bye! Bis dann, Bye! Bis zum nächsten Mal.